Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Ender Games auf dem Server.com.hd.net mit dem Matteo, der gerade wegschaut, das Huhn. Hallo, mein Jäger. Oh, da wurde es geportet. Ich habe leider ein Zufallskit bekommen, Jäger. Aber ich spiele es jetzt trotzdem. Ja, mal schauen, wie die Runde so wird. Drei Eisen? Jawohl. Ein Eisen, naja, super. Alter, bei mir, ich habe richtig... Ich habe richtig... Ah ja, dann komm doch, komm doch zu mir. Weil ich habe dann noch Eisen für dich. Ich kann dir richtig viel gebratenes Fleisch geben. Ja, ich bin doch hinter dir, Junge. Ich kann dir richtig viel gebratenes Fleisch geben. Lass mich die kümmern, ich kriege gebratenes Fleisch. Komm her, ich gebe dir die Hälfte. Hier, komm her. Davon erliebt's. So, jetzt gib mir mal dein ein Eisen, dann kann ich für uns beide... Ja, ja, nicht jetzt, weil der andere hier rumkommelt. Ich habe mal den soll Holz sein. Okay, macht das. Sag aber nicht meins ein. Holz habe ich... Jetzt hab ich immer noch eins. Ich hab jetzt drei. Und ich hab einen Trank der Schnelligkeit. Wurf, äh, werfbarer. Leipzig, leipzig. Da liegt es Eisen in den Hohstil. Da, äh, bau mal, mach mal, das ist mein Holz, was du gekriegt hast. Ich hab sechs Eisen, sieben Eisen. Schnell, gib mir mal mein Holz wieder. Ich hab's ja schon umgebaut. Dankeschön. Ich brauch aber noch ein bisschen Holz für später. Ja, hier, das war ich meine. Egal, ich hab's dir einfach mein Ganzzoll zu geben. Kannst du mir bitte auch was geben? Oder kriegst du denn die Richter, die Wirkung, wenn ich dich schon mein Ganzzoll zu geben? Ja, kannst du. Oh, Leute, okay, wir sind verwundbar. Dankeschön. Achtung! Junge! Ah, sorry, ich kann dir ja nicht sagen. Okay, perfekt, läuft bei dir. Hast du auch ein Eisenswert? Oh Gott, ich hab, ja, ja, aber ich hab, ich hab richtig wenig Life. Ja, dann ess was, würde ich sagen. Ja, ich hab volles Essen, ich muss mich recken. Ich lauf mal ein bisschen weg vor dir. Wieso? Weil, wenn du geportet würdest, dann... Alter, acht Eisen, Junge. Ich hab auch nochmal zwei. Okay. Boah, ich hab nochmal zwei Zehneisen, Digga. Ich wurde geportet. Ja, und da ist jemand hinter mir. Scheiße. Scheiße, er kommt. Verdammt. Verdammt, äh, Alter, ich wurde geportet. Jawohl. Alter, ich hab auch sieben Eisen. Boah, komm schon, den muss ich treffen. Jawohl, ich hab ihn getroffen. Jawohl, er ist gestorben, wie geil. Sehr geil. Ja. Oh, geil, danke. Junge, ich hab mal ein Eisenschwerttyp, äh, Diamantschwerttyp, äh, Diamantschwerttyp, äh, ich hab auch ein Diamantschwert. Ich auch, war aber geil. Ja, weil, ich weiß, ich hab jemanden, der hat getauert und den hab ich runtergeschossen. Ich bin nur leider halb tot. Verdammt. Bei mir läuft eigentlich. Oh, ich hab 100 Blöcke, das passt, das muss ich kurz regeln. Bei mir sind es 50 Blöcke. Eisenstiefel, Junge. Nein. Ich bin im Wasser. Ich bin irgendwo im Meer, Alter. Ich hab 5 Eisen noch. Ich hab mal eine Eisenstiefel weggeworfen. Verdammt, ich will geportet werden, Alter. Weil, hier ist mir zu unsicher gerade. Ich hab nur einen Eisenbrustpanzer. Junge, ich bin hier mitten im Meer. Ich hab 12 Gold, komm schon, lass mich porten und dann kann ich mir geil scheiß mal. Jawohl, ich wurde geportet. Wie viele Blöcke? Okay, das passt. Zack, zack. So, da, dies, das. Hey, du bist der Nächste an mir. Komm zu mir. Ja, das sind 100 Blöcke, Alter. Kommt du auch in meine Richtung. Ich track dich aber nicht. Alter, ich hab 5 Dears. Ich hab einen Chameleon gekillt. Und was? Ah, du kommst, du kommst. Ähm, der war ein Pferd und ich hab ihn gesehen. Und jetzt hab ich wieder volles Leben und hab eine richtig gute Rüstung eigentlich. Ich hab verzaubert. Oh. Wurde es getauscht? Nee. Okay. Boah, bei mir sieht's gar nicht mal schlecht aus. Ich hab ne, äh, halbe Dierrüstung. Und da bist, äh, ne halbe Dingensrüstung. Und du wurdest getauscht. Hab's grad gesehen. Hab's, Alter, ich hab ihn gekillt. Der sind Dierhellen, Junge. Korn? Verdammt, und da ist... Korn? Ja, ja, bei mir ist ein Känguru. Korn, ich hab 18 Eisen. Oh Gott. Oh Gott. Oh geil, bei mir sind... Äh, ist der nächste Spieler zweier Blöcke weg. Okay, das läuft. Das ist okay. Bei mir sind's 80, das geht auch. Verdammt, ey, ich brauch Kisten. Wo hab ich ne Kiste? Ich hab hier ne Kiste gehört. Ähm, boah, scheiße. Gib mir doch erstmal den Dierhelm, Alter. Ist nicht falsch. Komm, schnell verzaubern, darüber. Jawohl. Komm, schau rüber. Gib doch mal die Dierhelm hier, Alter. Ja, auf seiner Blöcke, okay, läuft. Ich bin grad so... Oh, da vorkommen, 100 Blöcke. Alter, das läuft. Alter, ich hab ein... äh, Schärfe 1 Schwert und Stärke 1 Bogen. Das bei mir läuft... Ich hab volle Rüstung aus Eisen. Und halbdier. Verdammt, bei mir ist rüstungsmäßig nicht so gut. Ich hab ne halbe Gold, also Stiefel und... Hose ist Gold und, äh, Helm und der Brustpanzer ist Eisen. Tch, ein, Eisen. Oh, geil. Lol. Nein! Oh Gott. Jawohl. 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 Oh Gott, okay, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich hab so viel Stuff, aber ich bin so gut wie tot. Wieso? Verdammt. Verdammt, weil hinter mir ist einer her. Ich hab grad jemanden gekillt, aber ich hab nur noch drei Herzen. Was ist das für ein Hit-Glöd, ne? Das ist mega blöd. Ich muss geportet werden. Jetzt bin ich tot. Aber ich wurde grad eben schon geportet. Verdammt, ey. 14 Blöcke, das ist aber nicht so viel. Ei, du bist neben mir. Ja, ich weiß. Wie geil. Komm her. Du musst in meine Höhle kommen. Nein, nein, ich komm da nicht runter, da komm ich nicht mal raus. Ja, ist okay. Komm du lieber hoch. Nein, ich muss mal erstmal... Nein, mein ganzes Eisen ist weg. Ich wurde geportet. Geh zu dem da drinnen. Geh zu dem da drinnen und kill ihn. Verdammt. Ich hatte 14 Eisen oder so. Hast du ihn? Boah, das ist grad nicht so geil. Ja. Jawohl. Äh, drei verbleibende Spieler. Vielleicht kommen wir ins Finale, Junge. Das könnte halt diesmal echt sein. Ja, und ich bin übelst gut ausgerüstet. Ich nicht ganz so, aber... Ja, ich hab, ich hab voll, ich hab volle Eisenrüstung und dann noch ein Dierhelm. Ja, bei mir, äh, ich hab volle Eisenrüstung, all Dierschuhe, ah, ich hab nicht volle Eisenrüstung, ich hab, äh, Goldhose, verdammt. Ich kann ja das dann noch, jedenfalls, wenn man zu mir kommen solltest, der nächste ist, alter, der nächste ist 80 Blöcke. Der nächste bist du bei mir. Nein, nein, der nächste ist bei mir nicht. Der war bald für mich bist du der Nächste. Ja, 180 Blöcke. Scheiße. Du musst ihn killen. Wie viel Leben hast du? Ich hab nicht kaputt, äh, alle. Okay, ja, dann. Nee, das ist nicht so klar, der wird nicht so gut. Ich hab, ich hab vor Gegnern gekämpft, der ist nicht so gut. Ja, ich renne noch eben gut auf diese freie Fläche, dann hab ich größere Chancen. Boah, ich bräuchte, ich bräuchte noch tun. Jetzt darf er ruhig kommen. Kein Ding für mich. Ich werde einfach mit dir getauscht und sterbe dann. Wie viele Rüstungspunkte hast du? Oder wie viele fehlen dir? Acht, hab ich. Wie viele fehlen dir? Ja, dann fehlen mir natürlich zwei, Junge. Ja, ich wusste nicht, wie viele. Ja, mir fehlen drei. Das geht eigentlich auch. Ach, das ist ein Schwein. Sag mir das doch mal jemand, Alter. Ja, ich wusste nicht, dass es ein Cameo ist. Lol. Brauch ich nicht. Hab ihn. Jawohl, wir sind Finale. Wie geil, Matteo. Jawohl. Warte, ich krieg noch kurz eine Dia-Hose. Okay, äh, sammeln wir jetzt einfach noch Rohstoffe und dann machen wir uns geil. Junge, ich hab ne halbe Dia und ne halbe Dingensrüstung. Das weißt du, genau. Junge, das darf einfach nicht wahr sein, weißt du. Ich war Jäger und wir sind beide im Finale einfach. Weißt du, ich hab aber... Oh, wir wurden geportet. Jawohl, jawohl. Ey, warum, aber das ist gar nicht mal so schlecht, weil dann sind wir, glaube ich, beide gleich ausgemistet. Ja, das ist okay. Soll wir jetzt einfach, ich komme zu dir. Noch nicht, warte. Ich bin auch noch nicht vollgeregt, also. Ich glaube, mach mich aber immer mal auf dem Weg. Aber wir können noch fahren bis ins Deathmatch. Nein, das ist langweilig. Nein, das ist richtig geil. Junge, im Deathmatch ist viel epischer. Warte mal ganz kurz, ich fachs aber noch kurz mein Schwert mit Schärfe. Alter, das kann nicht sein. Junge, wir haben es einfach... Junge, ich kann mir einen Diamantschuhe machen. Junge, wir sind beide im Finale. Das darf einfach nicht wahr sein, wie geil sind wir denn, wie geile Hunde. Junge, nein, lass echt nicht jetzt kämpfen. Ich mach mir jetzt auch erstmal... Ich kann dir eine volle Eisenrüstung machen eigentlich. Ich hab volle Eisenrüstung. Außer dir, Hose und dir Schuhe. Junge, ich hab 8,5 Rüstungspunkte. Ich hab auch 8,5 Rüstungspunkte. Also, dir fehlen auch 1,5 Rüstungspunkte. Ja. Mir auch. Aber lass echt noch nicht kämpfen, weil das ist echt episch ein Deathmatch. Ja, ja, ja. Oh, wir waren uns getauscht? Nö, ich, Alter. Ja, ich, Alter. Alter, das ist so geil. Wir haben es geschafft, Matteo. Sind wir die Geißen oder sind wir die Geißen? Ja, wir können es eigentlich gar nicht. Das war so mega-lack. Nee, ich glaube schon. Ich hab zwei Leute gekillt. Okay, fünf, fünf, fünf. Ich hab viele Leute gekillt, glaube ich. Also, es ist schon nicht schlecht gewesen. Jawohl. Was? Ich hab nochmal fünf Tears. Alter, geil, Mann. Ich bräuchte einen Dia-Helm. Ich hab einen Dia-Helm. Ich hab Dia-Schuhe auch. Lauf bei dir. Aha, das war echt, ey. Ich brauch echt nochmal ein paar Dia-Helm. Ich finde die ganze Zeit Eisen, aber Eisen brauche ich nicht mehr. Neun? Alter, sechs Dia-Helm. Ich kann mir gleich ein Diabos-Panzer machen. Nein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Bitte nicht. Oh, da hast du noch eine Kirchstelle. Scheiße. Bei mir verkackt gerade die Internetverbindung. Ich glaube... Das darf nicht wahr sein. Bitte. Bitte, 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 bitte nicht. Die wurde gerade getauscht, gell? Echt? Ja. Ja, bei mir verkackt gerade die Internetverbindung. Oh, nee, Korn. Jetzt sind wir einmal im Finale. Jetzt verkackt er eine Internetverbindung. Warum denn? Jawohl, jetzt hat sie sich wieder. Ich hab jetzt auch einen Diabos-Panzer. Okay. Echt jetzt? Ja. Verdammt, bei mir... Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz... Ich komm gleich wieder. Oh, Junge. Was war hier jetzt? Alter. Warte mal. Was war denn? Die Internetverbindung. Nein, verdammt. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Alter, Scheiße. Na, dann kille ich dich definitiv. Ja, fuck you. Ja, Jugo, ich hab neuneinhalb Brust und es mir fehlt ein halber. Ja, mein Problem ist, dass die Internetverbindung ein bisschen am Arsch ist gerade. Ich weiß nicht, warum. Boah, das darf nicht wahr sein. Weißt du, wir sind beide im Finale und... Fuck it. Das war schon klar, dass jetzt irgendwas tatsächlich... Natürlich. Aber ich seh dich. Ja, ich seh dich nicht. Ah, jetzt. Jetzt hab ich wieder Verbindung. Ja, aber... Nein! Hä? Nein! Was? Nein! Was? Ich wurde rausgeworfen. Nein. Das darf einfach nicht wahr sein. Das schaffen wir es. Dann kille ich dich jetzt noch eben. Du hast eh gewonnen. Ja, ich hab auch gewonnen. Verdammt, das darf einfach nicht wahr sein. Oh, Junge. Alter. Ja, Leute. War eigentlich ne geile Runde, nur dass ich rausgeworfen würde. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt hab ich wieder Internetverbindung, aber... Ich weiß nicht, was los war. Ja, das Server wurde neu gestartet. Echt? Ja. Steht da unten. Fuck, ey. Ja, gut, ähm, dann... Scheiße gelaufen, wa? Dann probieren wir es jetzt einfach nochmal. Die Runde nehmen wir aber trotzdem, weil die geil war. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und... Ciao. Junge, sag auch Tschüss. Tschüss. Ja, ciao. Ciao. Ciao.